Applaus Herzlichen Dank. Lieber Peer, ich habe dir das zum Abschluss des Wahlkampfs schon gesagt, das, was du da hingelegt hast, das hat alle eines Besseren belehrt, die gedacht hätten, die Wahl sei gelaufen oder es sei kein Schwung drin, vor allen Dingen aber hat es allen gezeigt, das ist deine Partei und du bist unser Kandidat. Das war ein glänzender Wahlkampf in den letzten Monaten. Die SPD ist mit dir ein Stück nach vorne gekommen, nicht genug, das habe ich schon gesagt. Der Weg zurück zu einer deutlich höheren Stärke ist länger als wir gedacht haben, aber wir sind stärker geworden. Und da hast du einen sehr, sehr großen Anteil daran. Vielen herzlichen Dank.